Herzlich willkommen in unserer Reihe zu Thema OER im Bereich Hochschule. Heute mit der Perspektive E-Learning und da haben wir zwei Experten zu Gast. Das ist Claudia Bremer aus Frankfurt und aus Tübingen, Markus Schmidt. Und ich bitte die beiden gleich mal selbst, sich vorzustellen. Mein Name ist Claudia Bremer, ich bin Geschäftsführer und Studium Digitales, die E-Learning-Einrichtung der Universität Frankfurt und beschäftige mich seit längerem mit OER in seiner Bedeutung für die Universität Frankfurt, aber auch im deutschen Bildungssystem und vertrete das Thema auch gerne auf den OER-Konferenzen hier in Deutschland. Markus. Ja, mein Name ist Markus Schmidt, bin am Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen, dort in dem Bereich eTeaching.org, also das Projekt Internetportal eTeaching.org. Ich mache dort vor allem die Technik, bin dadurch sehr affin in dem Bereich Open Source und bin dadurch so ein bisschen in diesen Bereich OER reingekommen. Also offene Bildungsressourcen ist für mich auch so ein bisschen die Richtung oder kommt aus der Ecke Open Source. Deswegen für mich ganz spannendes Thema und habe zu diesen Sachen eben auch einiges bisher gemacht. Wir steigen mal in das Thema OER rein, indem wir erstmal das O noch kurz ausklammern und sagen, wie funktionieren im Bereich E-Learning Educational Resources denn bisher? Wenn man das mal versucht zu systematisieren oder zu verallgemeinern, wer macht diese Materialien, mit denen im E-Learning gearbeitet wird? Wer verwendet sie? Findet da irgendeinen Austausch statt? Gibt es da Geschäftsmodelle und große Firmen, Verlage, Unternehmen, Hochschulen, Hochschulzentren, die Inhalt zentral produzieren? Wie würde man das jemandem erklären, der jetzt diesen Bereich noch nicht kennt? In Deutschland ist der Markt, glaube ich, nicht so ausgeprägt wie in den USA, wo auch Firmen am Markt sind. In Deutschland sind eher Firmen dann im Schulbuchbereich tätig. Bisher entstehen Educational Resources schon vorrangig an Hochschulen, meist im Kontext von Förderprogrammen. Wir hatten vor vielen Jahren, manche kennen das noch, das Förderprogramm Neue Medienbildung I. Damit wurden Content-Produktionen angeregt. Angeregt an den Hochschulen fehle dann oft die Vision, wie sich das vermarkten lässt. Und es wurde fast als unanständig empfunden, das zu vermarkten, obwohl Nachhaltigkeitskonzepte vorgesehen wurden. Danach wurden zum Teil Vereine gegründet wie Prometheus. Manche haben Kooperationsverträge gemacht, wie zum Beispiel die medizinischen Unis im Münchner Raum. Und ein paar wenige fingen an, den Content zu vermarkten. Meist wird aber vermarktet, wenn ganze Kursangebote oder Studiengänge. Und einzelne Content-Module oder auch andere Ressourcen zu vermarkten, ist sehr rudimentär in Deutschland entwickelt. Ein bisschen im Bereich Software. Aber ich habe das Gefühl, da ist so Richtung Geschäftsmodelle so eine Art Zögerung, Zögerlichkeit ausgeprägt. Ja, also funktioniert hier auch schlecht natürlich. Klar, weil wir ein ganz anderes Bildungssystem haben als in den USA. Ich würde noch die Perspektive der Lernden selber reinbringen. Also vieles, was gemacht wird, machen die Lernden einfach selber. Stellen ihre Folien ins Netz, machen Erklärvideos als Podcast auf YouTube etc. Also sowas wird viel gemacht. Aber da fehlt eben, genau wie angesprochen, einfach der Austausch. Also es geht nicht hin und her. Und wenn dann mal was produziert wird, also wenn das rausgegeben wird, jemand diese Sachen produziert, dann kann man eben schwer aufgrund auch von vielen Lizenzfragen so eine Sachen austauschen. Also es gibt ein paar Kooperationen zwischen Unis, wo man sagt, naja, ihr könnt jetzt in den Kurs auf meinen LMS zugreifen. Aber da finde ich auch sehr rudimentär, gibt es ein paar Ansätze, aber funktioniert es eigentlich nicht so richtig. Wo es ein bisschen anfängt, ist zum Teil im Bereich Vor- und Brückenkurse. Also es gibt zum Beispiel Mathematikbrückenkurse, weil in vielen naturwissenschaftlichen Studiengängen hier ein hoher Bedarf ist. Und was da eingekauft wird, wenn wir jetzt mal die Unis und Hochschulen als Einkäufe auch betrachten, wird Content eingekauft mit Betreuung. Es gibt zum Beispiel eine Kooperation der TU Berlin mit der Universität Stockholm. Die haben Content produziert und was andere Unis einkaufen können, ist nicht nur die Content-Nutzung, sondern auch das Tutoring. Dass eben Studierende jederzeit auf einen menschlichen Tutor zugreifen können, der von der TU Berlin gestellt wird, sind dort Mathematikstudenten. Das sind solche Kooperationen. Und auch es gibt diese Verbünde, wie Marco Schmidt erwähnt hat, im Bereich zum Beispiel der Virtualen Hochschule Bayern, wo Hochschulen untereinander Content nutzen, ganze Kurse auch wieder und externe zu bestimmten Preisen sich einkaufen können. Ein Nachfolgeprojekt aus dem Wirthelle Fachhochschule Lübeck, das war eines der Bundesleitprojekte. Dort entstand auch ein Campus, die dann auch zum Beispiel Masterstudien und Bachelorstudiengänge verkaufen. Und manche Unis oder FHs kaufen dann ganze Kursmodule ein. Also nicht nur den Kontern, sondern auch damit den Abschluss oder das Zertifikat und das ganze Modul. Gibt es irgendjemanden, der platzhirsch ist? Na, platzhirsch kann man schon gar nicht sagen. Es wäre schon viel, wenn ein Einzelner mehr als 10% der Inhalte stellen würde. Gibt es das für einen deutschsprachigen Bereich oder für Deutschland? Ich glaube, dadurch, dass wir so viele Fächer haben, nicht. Ich denke, wir hätten ein Platzhirsch in Sachen Geschäftsmodellbeherrschung. Da würde ich ein bisschen On Campus als ein Beispiel sehen. Die Virtualen Hochschule Bayern ist noch was, wobei das Geschäftsmodell dort nicht in dem Ein- und Verkauf untereinander besteht, sondern es ist quasi ein länderfinanziertes Geschäftsmodell, dass das Land den einzelnen Lehrenden Geld gibt, Content zu entwickeln, der dann innerhalb der Bayerischen Hochschulen getauscht wird, also die Kurse. On Campus in Lüberg hat ein Geschäftsmodell, Content zu produzieren, den Hochschulen wirklich einkaufen können. Aber so ein Platzhirsch für eine Contentproduktion sehe ich nicht. Und ich sehe jetzt auch keinen kommerziellen Anbieter, weil, wie Marco Schmidt schon sagte, in Deutschland der Markt an der Stelle nicht so ausgeprägt ist. Die sind aber in der Warteschleife. Also ich sehe schon Unternehmen, die sich auf diesen Markt schon jetzt vorbereiten, gerade im Kontext von diesen adaptiven, interaktiven Lerninhalten, weil das eine relativ hohe Investition ist, das zu produzieren. Und da wird ein Markt entstehen und vermuten manche Akteure. Und das sind Firmen, die ähnlich sein werden wie Persons in den USA, die auch in Deutschland an der Stelle auftreten werden. Kann man vermuten, dass ein großer Teil der Ressourcen quasi unsichtbar sind, weil sie eben nur von einzelnen Lehrenden erstellt werden und dann auch nur in diesem einen Kontext, also vielleicht auch von dem Lehrenden nochmal verwendet werden, aber ansonsten nie den Kreis von den eigenen Studierenden verlassen? Ja, natürlich. Also genau das passiert letztendlich. Jeder erstellt die Sachen für sich selbst, bietet die an, also ganz einfache Sachen. Also das typische Beispiel sind eigentlich die Folien, die man macht und dann ins LMS stellt, den Studierenden zur Verfügung stellt und die Nachnutzung ist eben einfach nicht da. Also für denjenigen selbst, aber dann muss man eben auch schon aufpassen, wenn man Sachen vielleicht an Verlage weitergegeben hat und so weiter, da gibt es dann diese schöne Sache des Selbstplagiaats. Also man gibt quasi die Rechte für seine eigenen Sachen raus und kann dann damit nichts mehr machen, selbst. Also nicht in der Form, dass man sie nicht mehr selbst benutzen kann, aber man kann sie zum Beispiel jetzt nicht freigeben, anderen Leuten zur Verfügung stellen, zur Nachnutzung etc. Das ist ja in dem Bereich so ein bisschen ein Problem und deswegen wird es natürlich auch nicht so oft gemacht. Also man hat keine Weiternutzung, keine Nachnutzung. Und das beobachte ich auch. Wir selbst geben viele Workshops für Lehrende, wo sie Content suchen erstmal. Also so ein E-Learning-Einsteiger und da kommt oft die Frage, wo finde ich Content? Und ich muss immer sagen, es gibt keine gelben Seiten für deutschsprachigen Content nach Fächern sortiert. Das wäre im Prinzip wünschenswert. Es gab mal Ideen damals, ich weiß, in der Nachfolge von Neue Medienbildung 1 hat das BMBF überlegt, sowas zu machen. Dann der Deutsche Bildungsserver war dafür mal ein Kandidat. Letztendlich ist das nie entstanden und ich merke heute, dass es ein gewisses Expertenwissen braucht, um Suchstrategien zu haben, Content in seinem eigenen Fach zu finden. Leider muss ich dann meistens auf die Schulvipositories verweisen, weil das viel ausgeprägter ist, dort was zu finden. Und wenn Menschen mich dann fragen, wie finde ich Content? Dann sage ich, letztendlich hilft es, auf die Fachkonferenzen zu schauen, wer macht was in meinem Fach an Content. Die Kurse sind ein bisschen besser findbar, weil die natürlich vermarktet werden, um auch Teilnehmer zu finden, also auf Kursebene. Ein wichtiger Aspekt hier ist noch, dass wir bei Ressources auch unterscheiden zwischen Content, ganzen Kursen. Also es gibt so eine Art Taxonomie an der Stelle auch. Das haben wir vor vielen Jahren auch mal mit dem Dean und so weiter entwickelt. Also dass man auch guckt, über was rede ich eigentlich? Rede ich über ein PDF-Arbeitsblatt, über einen Film, über eine interaktive Animation, Simulation, Game oder einen ganzen Kurs oder einen ganzen Studiengang. Und eine wichtige Bildungsressource, die oft übersehen wird, ist YouTube. Also da wird man sehr fündig in Bezug auf Vorlesungsaufzeichnungen, auch amerikanischer Hochschulen und auch inzwischen zunehmend deutsche. Also das ist eine nicht zu unterschätzende Bildungsressource momentan. Dann nehmen wir jetzt mal das Open dazu. Also nehmen wir mal an, man würde etwas finden. Erste Hürde übersprungen. Zweite Hürde wäre dann ja, dass man es auch nachnutzen kann. Wir haben darüber gesprochen im bisherigen Geschäftsmodell. Man kann das einkaufen. Man kann vielleicht auch einfach einen anderen Lehrenden fragen, ob man was nachnutzen kann. Die Idee von Open ist ja aber, dass der Default ist, man kann es nachnutzen, weil eine freie Lizenz drauf ist. Jetzt machen wir erstmal eine Mini-Bestandsaufnahme, auch vielleicht im internationalen Vergleich nochmal interessant. Wie würdet ihr da Deutschland derzeit einordnen in 2014? Was steht 2020 im Geschichtsbuch? Wo stand 2014 Deutschland in Bezug auf OER an Hochschulen mit Perspektive E-Learning? Ja, auf jeden Fall weiter als 2011. Also wir haben ja das Problem in Deutschland gehabt, dass Deutschland ganz spät gestartet ist. Also dass quasi viele Länder vorangegangen sind, viel gemacht wird. Also 2011 hätten wir in den USA die Initiative ein, zwei Billionen waren das glaube ich, Dollar. Oder, nee, zwei Billionen sind, zwei Milliarden, genau. Aber ich glaube, man muss immer aufpassen, das war insgesamt ein Förderprogramm und ein Teil davon war vorgesehen, dass man Material entwickelt, das unter Freilizente stehen musste. Das war sozusagen nicht die Gesamtsumme für Materialien. Auf jeden Fall eine Menge Geld wurde in die Hand genommen, damals schon. Und hier in Deutschland war das Thema eigentlich bis zu dieser Geschichte mit den Bildungsdrojanern, den ich jetzt nicht noch weiter ausführen möchte, was ja in den Schulbereich gehört, war das, ja, ist da relativ viel Geld reingesteckt worden. In Deutschland ging es relativ spät los. Also hat man damit gar nichts gemacht. Und es ist jetzt in den letzten Jahren erst eine Initiative entstanden. Also ja, so eine Graswurzelbewegung von Bildungsakteuren, die sich dort mal engagiert haben, ein Lehrbuch gemacht haben, mal irgendwas erstellt haben und sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ich sehe das eh nicht. dass das Wissen um OEA eigentlich in wenigen Köpfen von, ich nehme das so wahr, politisch hochmotivierten Menschen sind. Also wir sind da sehr wenige. Wenn ich mit dem Begriff in Hochschulpräsidien, Rektoraten, wo ich manchmal bereitend unterwegs bin, ankomme, werde ich mit großen Augen angeguckt. Und dann sage ich, vielleicht wäre mal eine Content-Strategie wichtig. Am meisten Fragen sind aber noch momentan im infrastrukturellen Bereich zu klären. Das ist so, was die Hochschulen gerade treibt. Digitalisierung wird meistens mit Infrastruktur gleichgestellt. Ich denke, A ist der Begriff nicht bekannt. Wir haben eine Menge da rumliegen, aber er ist nicht markiert als OEA. Und das liegt, glaube ich, an den mangelnden Anreizen. Also wenn Lehrende Content erstellen, Markus Schmidt hat es mir einfach gesagt, dass viel Content wird von Lehrenden erstellt oder überhaupt Ressourcen, aber die werden dann nicht mit OEA gelabelt, weil einfach A, das Wissen nicht da ist, dass man das tun könnte. Also es besteht viel Unsicherheit auch, wie man das macht und warum und wozu. Und zweitens fehlen die Anreize einfach. Wenn ein Lehrer ein Content produziert, dann erst mal für seine eigene Veranstaltung, für die eigene Lehre. Und dann fehlt der Schritt ins Außen. Und ich glaube, an der Stelle sind andere Akteure in der Hochschule und der Uni gefragt, wie E-Learning-Einrichtungen, Bibliotheken, Rechenzentrum. Und es braucht eine Anreizstruktur. Ich glaube, wir bräuchten momentan gar kein neues, neue Medien der Bildung 1-Programm, wo Content gemacht wird, sondern es wäre eine sehr wertvolle Initiative, wenn wir mal Anreize hätten, all das, was da ist, A, zu labeln mit den entsprechenden Rechten und zweitens sichtbar zu machen. Und ich denke, Richtung guten, also ob wir Repositiv-Retories aufbauen, glaube ich nicht, aber dass wir gute Suchstrategien oder Suchmaschinen in diesem Bereich hätten und die Sachen öffentlich verfügbarer werden. Und wir im rechtlichen Bereich Aufklärung betreiben. Und dann müssen wir über Anreize nachdenken. Das wäre zum Beispiel, dass man das prämiert oder dass die Länder da nochmal Anreize geben oder ein gemeinsames Programm von Land und Bund. BRD ist an der Stelle auch ein bisschen unter Druck. Also ich sehe bei den UEA-Aktivisten immer so, ja, wir müssen doch EU, macht doch. Also da ist ein bestimmter Druck aus dem europäischen Kontext, der aber in Deutschland noch oft mit Nichtwissen begegnet wird. Wir wissen nicht, wie wir das umsetzen sollen an Hochschulen. Im Endeffekt ist auch die Frage, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, was der Begriff eigentlich ist. Also ich würde nochmal so ein bisschen auf diese Begriffsdefinition kommen. OER wird immer viel gesagt, ist irgendwie für viele so was, ja, so was Kostenloses, was man irgendwo abgreifen kann. Und es ist ganz schwierig, Leute aus dem Land zu bringen, dazu zu bringen, zu verstehen, was das eigentlich ist. Und selbst unter Experten ist es einfach so, dass dieser Begriff noch nicht so richtig klar ist. Wir haben den für uns selber auch noch nicht klar gekriegt. Jeder versteht so ein bisschen was anderes darunter. Es ist halt irgendwie was mit frei zu tun und irgendwie was mit kostenlos. Ist aber trotzdem schwierig zu greifen. Jetzt ist aber das Problem, wenn ich das nutzen will, wenn ich wirklich so eine Nachnutzung, was ja eigentlich das Ziel davon sein würde, machen will, muss ich auch verstehen, was das ist. Und da ist meiner Meinung nach großer Nachwuchsbedarf, weil eben dieses Thema dann auch in diesen lizenzrechtlichen Bereich geht und deswegen für viele Leute unheimlich schwer zu greifen. Also da haben wir so ein bisschen Aufklärungsbedarf einfach noch. Ja, das sehe ich Ihnen nicht. Selbst ich neige dazu, das mit Content gleichzusetzen. Ich muss mich selbst immer erinnern, das bedeutet auch ganze Kurse und auch Software und Tools. Zu den Anreizen noch eine Idee, wenn es irgendwann mal so attraktiv für Lehrende wird, OER zu produzieren oder beispielsweise jetzt auch an der Stelle einen digitalen, interaktiven Content wie ein Lehrbuch zu schreiben und das dieselbe Bedeutung in einer wissenschaftlichen Karriere bekommt, quasi das Lehrbuch fürs eigene Fach gemacht zu haben, aber den digitalen Content. Ich glaube, in dieser Welle wäre eine Chance, aber da fehlen uns momentan noch so im wissenschaftlichen Kontext die Anerkennungsstrukturen. Ich glaube, wir sind tatsächlich jetzt vielleicht sozusagen auch ein bisschen im Laufengefahr, dass wir sozusagen auch selbstverständlich sagen, was das Potenzial dahinter ist oder implizit das jetzt voraussetzen, aber das sollten wir vielleicht nochmal explizit machen. Also wie würdet ihr das beschreiben, wenn ihr eben zum Beispiel in einem Rektorat oder bei einem Professor an der Tür klopft und sagt, ich bin der Vertreter von OER, will ich Ihnen hier mal Ihre Vorteile und Chancen in Bezug auf OER erklären? Also ich denke, es gibt verschiedene Aspekte. Das eine ist zu sehen, bin ich als Hochschulenutzer oder Geber oder beides? Und im Bereich des Gebenden, also Hochschule gibt OER, sehe ich fast einen moralischen Auftrag. Das ist mit Steuergeld produziert und sollte der Gemeinschaft wiedergegeben werden. Das wäre ein Argument. Bei Rektoraten, die auf diesen moralischen Aspekt nicht reagieren, würde ich vielleicht verweisen mit Sichtbarkeit. Also so wie rund um diese Massive Open Online Courses, wo manche Hochschulen einsteigen, um Profilbildung zu betreiben, sie gesehen zu werden, wäre das auch eine Möglichkeit, zu sagen, ich habe hier sehr guten interaktiven Content oder ich habe einen Online-Kurs oder eine tolle Software entwickelt und erreiche eine gewisse Attraktivität, Profilbildung, Sichtbarkeit, kann Studierende attrahieren. Das ist je nachdem, wo eine Hochschule ist, auch unterschiedlich, ob das bedeutsam ist für diese Hochschule. Aber mit diesen offenen Online-Kursen, die man ja auch dazu zählen könnte, wird ja jetzt schon probiert, auch Ausländisch Studierende zum Beispiel zu gewinnen. Und der dritte Aspekt wäre im Bereich als nehmende, empfangende Hochschule, dann auch zu sagen, ich kann Bildungsressourcen nutzen und kann, wenn ich zum Beispiel so Inverted Classroom-Konzepte mache, das heißt, ich nutze Videos von vielleicht anderen Hochschullehrenden oder als Stützkurse oder Vertiefungsangebote für meine Studierende, muss ich die Dinge hier nicht einkaufen oder selbst produzieren, sondern ich schaue mal, was es schon gibt und kann damit meine eigene Lehre verbessern. Das wäre zum Beispiel attraktiv für kleine Hochschulen, die nicht so ein großes Portfolio haben oder auch Studierende, was Lücken ausgleichen wollen. So sehe ich auch die Mathematikbrückenkurse zum Beispiel. Wir brauchen nicht den 20. Kurs. Ich war letzte Woche auf einer Sitzung, wo schon wieder jemand so einen Kurs entwickeln wollte und da haben wir zum Glück in so einem Gremium gesagt, es gibt mindestens schon fünf bis sechs Mathematikbrückenkurse, wir brauchen jetzt nicht den 20. entwickeln. Und da ist auch ein schnelles Erkennen und den dritten Aspekt geben und nehmen zugleich, würde ich sagen, Hochschulen und Unis in der Austauschgemeinschaft von Content und das ist, ich sage mal, Gemeinschaftsgetanke, Wissenschaftsgemeinschaft, Lehrgemeinschaft. Ja, also ich sehe es letztlich ähnlich, also für Hochschulen, also es gibt immer ganz unterschiedliche Akteure da, die sich unterschiedliche Dinge davon ersprechen können. Bei Hochschulen sehe ich tatsächlich eher so den Marketingaspekt, also dass man sagt, schaut her, das sind unsere offenen Bildungsressourcen, so wird bei uns Lehre gemacht, so toll sind wir. Also das kann ein Anreiz sein, das kann ein Anreiz sein, zu sagen, für die Hochschule das zu machen, das auch freizustellen, auch über solche offenen Online-Kurse und so weiter, das ist ja so ein bisschen auch die Triebfeder dahinter bei Unis, die das machen. Für den Lehrenden selber, wenn ich den, wenn mich da jemand fragen würde, was wir zu dem sagen, würde ich sagen, ist deine Reputation letztendlich, dein Name steht da drunter, dich verbindet man mit diesem YouTube-Video, was vielleicht 50.000 Leute da angeklickt haben, die vorhin, wo die Studierenden im Netz sagen, das ist toll gemacht. Auf der anderen Seite hat man so ein bisschen auch ein Review da drauf, also das ist ja auch das, wo sich viele vorfürchten, dann sieht jeder meine Materialien und dann habe ich einen Fehler gemacht und ist das gut, aber einige Lehrende gehen da völlig entspannt mit um, die sagen, ja, das ist gut, also ich kriege meine Fehler aufgezeigt und ich kann damit umgehen, muss man natürlich auch es mal können und kann das Ganze dann verbessern. Als dritte, als dritte Komponente habe ich jetzt noch so ein bisschen das Land, den Staat so ein bisschen im Blick, also für den kann eine Perspektive sein, im Bildungsbereich Kosten langfristig zu senken. Also Kostenfaktor nicht ganz vorne dran stellen, aber so ein bisschen die Richtung geht es auf, weil wenn ich einmal so eine Initiative starte, dass da mal was entwickelt wird, dann habe ich nicht so Folgekosten, wie jetzt, wenn ich, sage ich mal, so Materialien pro Stück verkaufe, also für jeden immer wieder einzeln. das kann eben auch für die Politik ein Anreiz sein, zu sagen, in dem Bereich könnte man sich engagieren. Und unter dieser Perspektive sind natürlich auch Kooperationen hilfreich. Ich denke, wir müssen im Kontext von OEA in die Fächer auch rein. Da wird es Kooperationen letztendlich nicht allgemein, fachunabhängig geben, sondern meistens werden Akteure fachspezifisch Inhalte tauschen und kooperieren und zusammenarbeiten. Und ich sehe zum Beispiel auch eine Chance, dass Bildungsangebote gemacht werden können, die eine einzelne Hochschule nicht schafft, aber im Verbund, ich hatte jetzt eine Beratung vor kurzem in der Skandinavistik, wo einfach mehrere Hochschulen zusammen Master stemmen können, aber keine eine wird es schaffen, weil die Institute zu klein sind. Aber in der Summe, es gab schon mal, wir hatten schon mal unten Straßburg-Friburg, die hatten einen oder haben noch einen Master in Skandinavistik, den keine eine Hochschule schaffen würde, von der Fächerbreite her. Das sind solche Chancen mit offenen Kursen das auch zu stemmen, die dann anerkannt werden. Wir hatten ähnlich mal an der Uni Frankfurt eine Vorlesung und Kassel wollte ein Medienbildungszertifikat für Lehramtsstudierende einführen, konnten die Vorlesung nicht geben und haben die quasi von Frankfurt übertragen lassen und die ist auch öffentlich im Netz. Also durch diese Verbünde entstehen auch Möglichkeiten, Angebote zu machen, die einzeln nicht möglich sind. Haben wir eigentlich beim Bereich E-Learning Beispiele, die wir auf das Tablett heben können? Und die Antwort ja reicht nicht, oder? Ja, wäre zum Beispiel dieser Master in Skandinavistik, der in Straßburg-Friburg stattfindet und dort ist es so, dass die Studierenden nicht dauernd hin- und herfahren müssen, sondern einen Großteil online machen können. Ist es denn tatsächlich auch OER? Also das würde ja auch alles gehen, einfach nur eine Vereinbarung zwischen den beiden Hochschulen. Ja, ich glaube, damals war das noch nicht OER. Inzwischen durch diese MOOC-Debatten beginnt es, dass man auch Kurse öffnet und sagt, der Kurs und das Video sind frei verfügbar. Nur die Studierende, die dann eben den Kredit haben wollen, die schreiben am Ende eine Klausur und solche Modelle gab es noch nicht offen, auch schon in Norddeutschland, wo die einzelnen Standorte Präsenzklausuren in Räumen durchgeführt haben, aber die Videos der Vorlesung waren im Netz, die Übungen wurden online gemacht und da helfen uns auch die MOOCs momentan. Die offenen Online-Kurse helfen, solche Modelle zu denken. Die Problematik ist immer, wie vergebe ich den Credit, weiß ich, ob der Studierende der Studierende ist, wenn er nur online mitgemacht hat und an den Stellen entstehen halt diese Kooperationsmodelle auch mit Präsenzprüfungen, Klausuren in Studienzentren, wie es die Verein Uni Hagen auch schon gemacht hat und in dem Moment aber ein Teil ist es quasi nicht der ganze Kurs ist O, also die Prüfung nicht oder ein Teil der Aufgaben nicht oder die Betreuung nicht, aber die Vorlesungen sind O oder die Übungen sind O, also offen und es sind so Mischmodelle manchmal, wo aus diesen geschlossenen Kursen inzwischen mehr Öffnungsbereitschaft ist, zumindest die Vorträge, Vorlesungen oder Seminarmaterialien öfter öffnen. Fallen dir noch Beispiele ein? Also es gab einige Kurse, die eben so nach außen geöffnet wurden, auch Unikurse, wo man dann eben auch mit OER gearbeitet hat, ja aber das ist viel Freiwilligkeit, also das ist nicht so in der Lehre irgendwie etabliert, dass man das jetzt als Modell fährt oder so und man kommt immer an die Stelle, was Claudia Bremer eben schon gerade sagte, man weiß nicht so richtig, kann man das machen, kann man da jetzt irgendwelche Punkte vergeben, wer kann da irgendwas ausstellen und so weiter, ja das ist immer noch schwierig und ja an der Stelle muss man einfach noch ein bisschen weiterdenken und überlegen, wie wir damit umgehen. Was oft entsteht, ist ja, wie ich eben sagte, ein Teil von dem Gesamtkurs öffentlich wird und das entsteht momentan auch im Kontext von diesen Flipped- oder Inverted Classroom-Modellen, wo die Vorlesung aufgezeichnet wird und die Studierenden vor Ort sich dann treffen, um eben mit dem Hochschullerenden praktisch zu arbeiten, diskursiv zu arbeiten, Matheübungen zu rechnen, wie Christian Spannagel das zum Beispiel eine PR Heidelberg macht und an diesen Stellen entsteht zumindest offener Content durch die Vorlesungsaufzeichnung. Also wir haben auch Bewegung zur Zeit an Hochschulen, nicht unbedingt in Kooperationsverbünden, aber dass mehr Content entsteht, der öffentlich wird. OER als Beiprodukt quasi zu solchen Modellen wie Flipped Classroom oder wie den Online-Kursen. Wer sind denn so die Treiber, wo man sagen kann, da könnte zumindest viel drüber laufen? Vorhin haben wir schon mal ganz kurz die öffentliche Förderung angesprochen oder die öffentliche Finanzierung. Ist da denkbar, dass wir sagen, 2015, 2016 wird da OER auch eine größere Rolle spielen? Jemand, den ich in Startlöchern sehe, aber noch nicht aktiv sind die Landesbibliotheken. Wir hatten eine Tagung zur OER und da waren viele da, die sich aber in dieser Rolle noch gar nicht sehen. Und das wäre eine Chance. Ich sehe auch die Bibliotheken an Unis auch in der Rolle, aber da ist noch nicht unbedingt das Bewusstsein da, diesen Auftrag nehmen zu können. Aber ich glaube, dass Bibliotheken sich zunehmend in den nächsten 10, 20 Jahren auch um neue Aufgabenfelder bemühen müssen, weil der Buchverleih physisch, glaube ich, die nicht auf Dauer beschäftigen wird, wie man ja auch bei Verlagen sieht und Zeitungen. Und das ist eine Rolle, ich glaube, das ist unterschiedlich, wo das verankert wird an Hochschulen, Unis, manchmal das Rechenzentrum, manchmal das E-Lehrenzentrum, manchmal das Bibliotheken. Aber wenn man auf Landesebene schaut, wären die Landesbibliotheken auch ein potenzieller Akteur in diesem Feld, dass man auch diese Bildungsressourcen gar nicht mehr einem bestimmten Bildungszweig zuordnet. Wie gesagt, das ist universitärer oder Hochschulkontext, also Schule. Wir haben ja auch ganz viele Übergänge. Ich gehe mit Hochschullehrern oft auf den Schulportalen gucken und ich glaube, wenn wir mehr im Hochschulkontext bereitstehen hätten, würden auch Schulen das nutzen. Und auch in der Weiterbildung, wobei es dann immer mit der kommerziellen Nutzung kritischer wird. Aber das sind so, oder auch fürs lebenslange Lernen, der Eisnutzer nutzt Content seinem Interesse gerecht und nicht, ob das jetzt für Schule oder Hochschule gemacht wurde oder Weiterbildung. Ja, und ich finde es spannend, dass die Bibliotheken da nochmal ein bisschen eine Rolle einnehmen. Auch als Produzenten? Entschuldigung, ganz kurz die Nachfrage. Weiß ich nicht. Und ich glaube, momentan, ich tögere ein bisschen, dass wir, ich glaube, es entsteht sowieso so viel dauernd. Ich finde es spannend, wenn wir uns politisch mal mehr um die Kennzeichnung und das sichtbar machen und verfügbar machen kümmern, als jetzt Geld in Content Produktion zu stecken, weil es gab genug Förderprogramme, die gibt es auch noch auf Landesebene. und das entsteht auch sowieso. Ich glaube, wenn wir Geld gerade geben, müssten wir in die Organisation, Aufbau von Propositors, wenn es sein muss, oder guten Suchstrategien, was ich zukunftsträchtiger halte und das Kennzeichnen von OER. Quasi ein Upcycling-Programm. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, weil um das zum Beispiel allein von lizenzrechtlich auf 100 Prozent oder 99 Prozent sauber zu bringen, muss man wahrscheinlich von dem vorhandenen Material, was so zu 80 Prozent sauber ist, lizenzrechtlich, ungefähr nochmal genauso viel Aufwand reinstecken wie für die ersten 80 Prozent, um, weiß ich nicht, Drittrechte zu klären, mögliche Sachen zu überarbeiten, wo man dann eben sich nicht vorher um die Rechte gekümmert hat, etc. Weiß nicht, ist das so 2014 noch Standard in den Hochschulen, dass schon der durchschnittliche PowerPoint-Präsentierende sich nur zu 80 Prozent darum gekümmert hat, dass das alles achtet. Ja, wahrscheinlich. Also deshalb ist auch viel nicht öffentlich. Aber ich glaube, dass wir, der Content, der ab jetzt produziert wird, dafür könnte man sorgen, dass der OER-fähiger wird und an der Stelle eine Menge Aufklärungsarbeit leisten. Ich glaube, ich würde eher so OER-Beauftragten quer durch die Hochschulpräsidien und Rektorate schicken und ganz viel Kampagnen machen, dass, wenn wir schon Content machen, steuerfähig finanziert, also Content als eine Form, ich glaube, das ist noch die häufigste Form, Tools und Software wird weniger entwickelt. Und wenn die Leute das vermarkten, informieren sie sich eher über Lizenzmöglichkeiten. Aber dass wir an der Stelle wirklich mal mehr Aufklärungsarbeit leisten. Und ich wäre auch dafür, dass es mehr Druck gibt von oben staatlich, weil das ist Steuergeld, was da reinfließt. Also ich glaube, weil gerade diese 80% angesprochen wurden, zu 80% drüber geguckt. Ich glaube, es ist weniger oder es ist eher 0%, dass da drüber geguckt wird und das ist eben genau das Problem. Also man beschäftigt sich nicht, man will sich damit nicht beschäftigen, auch als Lernder nicht, zu sagen, ich klede jetzt irgendwie die Rechte ab, sondern eigentlich hat man sich damit gar nicht beschäftigt, sondern hat sich irgendwas aus dem Netz gesucht, irgendwelche Bildchen, vielleicht noch irgendeine Quelle drunter gemacht. Aber ob man damit die Rechte hat oder so, weiß man eigentlich nicht, wenn man da HTTP irgendwas da drunter geschrieben hat. Und das ist ein Problem, erst mal das Bewusstsein zu wecken, bei vielen Leuten, sich damit so auseinanderzusetzen, weil es macht einfach Arbeit. Und mit OER sich auseinanderzusetzen, heißt für mich in erster Linie, mal OER selber zu machen, selber zu kennzeichnen, weil dann verstehe ich eigentlich erst mal, wie das geht. Vorher verstehe ich das nicht und dort werde ich auch kein Bewusstsein dafür schaffen, ohne das selber mal erstellt zu haben, dass die Leute es dann auch letztendlich in der Praxis hinbekommen. Ich war auf der OER-Konferenz vor zwei Jahren und ein Ergebnis war, dass zum Beispiel diese Creative Commons-Kennzeichnung auch für den Lehrenden zu kompliziert ist. Nicht, dass wir den Lehrenden das nicht zutrauen, das zu verstehen, aber es ist nicht deren Tagesgeschäft. Also die haben als Tagesgeschäft Physik oder was anderes zu erforschen oder Soziologie und nicht sich mit der OER zu befassen. Ich glaube, wir dürfen auch nicht zu viel Zusatzarbeit verlangen. Wenn ich von Druck rede, meine ich auch eher Anreizstrukturen oder es müsste die E-Learning-Zentren oder Bibliotheken müssen das, glaube ich, den Lehrenden abnehmen und die da auch unterstützen. Und ich merke, es klappt an den Stellen, wir machen zum Beispiel hier in der Uni viel Content, wenn wir beraten und die das Vertrauen haben, die anderen kümmern sich darum. Aber was passieren kann, dass schon, wenn produziert wird, man vorher schon darauf hinweist, mach doch OER daraus und dann brauche ich aber ein Versprechen an den Lehrenden, was es bringt. Und es kann sein, A, wir nehmen dir alles ab, die Distribution und die Vermarktung, aber was haben die davon? Und das wäre zum Beispiel Besichtbarkeit oder Awards oder ein Ranking, die OER-Hochschulen Deutschlands. Also ich glaube, wir brauchen eine Anreizstruktur neben der Aufklärungsarbeit und die Lehrenden müssen weich gebettet werden. Wir können nicht zu viel Zeit davon an der Stelle von Ihnen erwarten. Ja, weil das letztendlich so einfach nicht ist. Also das Problem gerade bei den Creative Commons ist ja, es scheint so einfach. Also man sieht diese Lizenzen, man sieht so ein paar Bildchen und denkt irgendwie im ersten Blick, na super, jetzt habe ich endlich eine Lizenz, ich brauche nicht mehr seitenlang irgendwelche Verträge lesen, sondern ich weiß jetzt, was das ist, aber man weiß es nicht. Also es ist ein Schein, der da verkauft wird, dass das einfach wäre. und in der Praxis ist es tatsächlich so, dass man sich damit ziemlich intensiv auseinandersetzen muss, um erstmal zu verstehen, was damit gemeint ist. Uns herrscht auch keinesfalls irgendeine rechtliche Klarheit darüber, was mit bestimmten Lizenzen überhaupt ausgesagt werden soll. Dieses typische Non-Commercial oder ähnliches. Es ist nicht klar, was kommerziell in dem Zusammenhang bedeuten soll und das macht das Thema schwierig. Und da bin ich voll bei Claudia Bremer auch, wenn sie sagt, die Leute brauchen Unterstützung. Da gibt es auch verschiedene Hochschulen Strategien dafür. Also gibt es so Rechtsberatung oder vielleicht eine Stelle, wo man gleich das abgleicht, also wo man seine Materialien einfach nur noch hingibt und die das für einen machen. Also das wäre durchaus eine sinnvolle Sache, um da ein bisschen was anzuschieben. Das heißt, ein Anreiz könnte auch sein, etwas abmahnen, sichere Präsentation zu haben. Aber das ist kein großes Problem, oder? Also ich meine, dass Lehrende sich nicht groß um Urheberrecht kümmern, führt ja nicht dazu, dass die Massenhafter mit Problemen hätten. Nee, und ich würde auch vorsichtig sein, dass wenn wir zu hohe Hürden jetzt aufbauen, gehen wir eher im Bereich Content-Verfügbarkeit einen Schritt zurück. Also wenn wir jetzt sagen, da muss alles nur noch total abgesichert sein, dass eine Bewegung mehr ins Netz zu stellen, eher dann rückläufig wird aus Angst. Und zur Zeit ist, glaube ich, für die Unwissenheit manchmal auch dazu, dass irgendwas im Netz ist, was nicht geprüft ist. Ich bin da bei Markus Schmidt. Ich glaube, wir brauchen an der Stelle Beratung. Also eigentlich bräuchte jede Hochschule, die sich das leisten kann, OER-Beauftragten. Und da wieder. Ich sehe da eine Chance für die Bibliotheken auch. Ja, aber vielleicht noch mal um diesen Aspekt auszugreifen, ist tatsächlich so, es passiert nichts. Ja, also ich will nicht sagen, es passiert nichts, aber es passiert relativ wenig. Es werden diese Urheberrechtsverstöße, werden toleriert. Und ich glaube, auch bewusst toleriert, weil man damals gesehen hat, also gerade von der Verlagsseite her gesehen hat, dass sowas wie diese Geschichte mit den Schultrojaner riesige Wellen schlägt. Und ich glaube, aus diesem Grund hält man sich einfach zurück und lässt die Leute machen und dass sie sich mit der Problematik nicht groß auseinandersetzen müssen, ihnen aber eben auch nichts passiert im ersten Moment. Und das ist vielleicht so ein bisschen so ein süßes Gift, was dort verstreut wird. Okay, schauen wir mal optimistisch. Wo sind so Bereiche, entweder inhaltliche Fächer, Akteure, wo ihr sagen würdet, das ist was, wo man sagen könnte, die können gut vorangehen. Da eignet es sich vielleicht besser, OER zu nutzen, zu produzieren, als andere Bereiche. Zum einen sind es die großen Grundlagenfächer. Da ist es ja auch schon viel passiert. Mathematik, BWL, da ist ein hoher Standard im Grundstudium. Mathematik ändert sich jetzt nicht von jedes Semester. In manchen natürlich die höhere, ja, und neuere Sachen, aber es sind Grundlagen. Und da ist eine Chance. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt ein Mathematikangebot für ganz Deutschland brauchen. Die Sorge müssen wir nicht haben. Mathematik ist auch vielfältig. An PHs anders als im Mathematikstudium an der Uni, anders als im Ingenieurbereich. Aber das sind so die Fächer, wo sich das einmal herausbildet, in den ganz großen Fächern. Und dann in den kleinen. Und da ist nochmal der Hinweis, wo ich diese Chance der Kooperation einfach sehe, dass durch den Tausch und durch die Kooperation Angebote im Bildungsbereich möglich werden, die eine einzelne Hochschule nicht stemmt. Sei es als Ergänzung für das eigene Fach oder sei es in der Kooperation für einen gemeinsamen Bachelor, Master oder ein Fortbildungsangebot. Und dazwischen natürlich auch alles. Und die Wichtigkeit, die ich sehe, dass wir mehr in die Fächer gehen. Also ich denke, wäre spannend, wenn wir mehr Fachkonferenzen zu E-Learning hätten. E-Learning der Physik, E-Learning, wo Menschen, die sich kennen, auch auf Angebote entweder hinweisen, sich gegenseitig geben oder aufmerksam machen. Weil ansonsten ist das zu unübersichtlich, was es an Angeboten gibt und wird einfach nicht gefunden. Der Gedanke ist interessant, in dem Parallelgespräch, in einem Podcast zu OER in der Weiterbildung im Bereich Volkshochschulen, haben die beiden Gesprächspartner ganz stark immer die Idee von OER mit der Idee von der Community verbunden. Das finde ich tatsächlich, taucht da jetzt nochmal auf. Also eigentlich ist OER nur denkbar mit einer Community, die sich aktiv auch darüber austauscht, was da gerade passiert, was es gibt, das bewertet etc. Wobei ich nicht glaube, dass wir eine OER-Community brauchen. Also nicht, dass wir jetzt eine OER-Community fachunabhängig machen, sondern ich glaube, wir müssen einfach OER in die Fachcommunities bringen. Ich sehe das ein bisschen bei den Didaktikerinnen und Didaktikern im universitären Bereich, in der Lehrerbildung. Also die haben ihre Fachkonferenzen in Didaktik und Mathematik und so. Und dann ist E-Learning ein Thema und wenn wir da OER noch zum Thema machen können, und genauso probieren wir das im VHS-Bereich. Ich mache ja auch Projekte mit Volkshochschulen, wo wir dann gucken, dass wir alle Sprachenlehrer mal zusammen bekommen und die dann gute Quellenhinweise bekommen, wo sie OER finden. Volkshochschulen sind ja EOR Nutzer als jetzt Produzenten im großen Stil und dass die sich dann gegenseitig auch zeigen, das habe ich genutzt und so habe ich es genutzt und solchen Unterricht damit gemacht und dann wird es ein didaktischer Diskurs, in dem über OER auch geredet wird. Also rein in der Produktion denke ich schon, dass Communities funktionieren können. Es ist nur schwierig, eine Community zusammenzubekommen, die groß genug ist, also gerade in bestimmten Spezialbereichen. Also man sieht ja dieses Beispiel, was an der Stelle mal angeführt wird, Wikipedia, da funktioniert es, ist ja auch eigentlich, da wird ja auch OER großenteils auch jetzt schon produziert, was man gar nicht so auf dem Schirm so richtig hat. Da funktioniert das, da hat man aber auch eine kritische Masse, da hat man einfach genug Leute, die das dann beschreiben. Man hat so diese typischen Anreizmodelle, also man hat Richtlinien da drin, wie man sich verhalten soll, man kann aufsteigen, also man kann mehr Rechte bekommen in der Community, ein höheres Ansehen kriegen und ich glaube, solche Belohnungsmodelle funktionieren auf jeden Fall unabhängig jetzt von Geld geben sehr gut und es sind gerade in diesem OER-Bereich wichtig, dass man so eine funktionierende Community ans Laufen bekommt. Ansonsten, wo funktioniert OER noch, also weil vorhin dieser Punkt Fachbereich angesprochen wurde, Grundlagenfächer von dir, Claudio, da würde ich sagen, ja, funktioniert gut, weil in dem Bereich diese Erklärvideos auch einfach funktionieren, also Mathematik, Physik und so, das sind Sachen, da kann man, das haben wir auch schon in den offenen Online-Kursen gesehen, da kann man sehr gut sich an die Tafel stellen, irgendeine Formel herleiten und so weiter, da funktioniert es schon und dort wird es eben auch gemacht. Ich hatte noch eine Erklärung zu dem, was Markus vorgeschlagen hat, eine OER-produzierende Community, das sehe ich ein bisschen kritisch, weil er auch sagt, das sind wenig Leute und dann sehe ich noch den Teil, wenn wir OER machen, wird es an irgendeiner Stelle, das sehe ich jetzt rund um die Massive Open Online-Kurs, es wird dann doch über Geld verdienen geredet. Das heißt, es kann sein, ich mache den Kontant offen und ich mache die Aufgaben offen, aber will am Ende mit dem Zertifikat oder einer Premium-Betreuung oder was auch immer mit dem Credit Geld verdienen. Und an der Stelle würden die OER-Produzenten auch zu Konkurrenten werden und sind nicht unbedingt eine Kooperationsgemeinschaft in der Produktion. Und ich glaube eher, wenn wir in die Fachcommunities gehen und OER zum Thema machen, wenn dann die OER-Nutzer und Nutzerinnen oder die noch gar nicht wissen, dass sie OER-Nutzerinnen und Nutzer werden können, mit den OER-Produzenten im Fachdiskurs sind und die OER-Produzenten dann auch hören, was die anderen bräuchten, da wäre der Ort der Kommunikation, das Austausch, weil an irgendeiner Stelle wird ein OER-Produzent dann schon gucken als Hochschule im größeren Kontext, entweder ich habe niemanden in meiner Nähe, mit dem ich produziere oder er wird zum Konkurrenten. Es wird vereinzelt diese Kooperation geben und dann aber in ganz konkreten Kooperationsverbünden, wo es rund um gemeinsamen Master geht oder wie ist Prometheus Bildarchiv, eins der wenigen überlebenden Projekte aus Neu-Medien-Bildung 1, die haben einen Verein gegründet oder Webgeo ist eins dieser überlebenden Projekte, wo viele Hochschulen im Verbund immer noch auf dieses Fach hin und das passiert manchmal in kleinen Fächern, weil die sich kennen und so eine Art Zusammenhalt haben, auf ein Portal hin Content produzieren. Da haben wir wunderbare Beispiele, Webgeo, Prometheus Bildarchiv und ein bisschen im Medizinbereich auch. Also groß, weil sie es anbietet und klein, weil sie es anbietet. Das sind ja Perspektiven. Haben wir noch was, was wir dringend in diesem Gespräch sagen sollten zu Perspektiven, Hoffnungen, Hinterlässe? Ich fände es spannend, wenn die großen Universitäten des Landes, weil die können sich es am ehesten finanziell leisten Richtung Open-Content-Strategien und ich mache das Open in Klammer, weil wenn eine Universität sich um eine Content-Strategie kümmert, kann sie das Open mitdenken, aber das bedeutet nicht, dass alles Open sein muss. Ich finde, eine Universität hat das Recht, an manchen Stellen auch was nicht Open zu machen, wo die Rechtslage nicht geklärt ist, wo Hochschullerlern nicht bereit sind, was rauszugeben, was ich auch okay finde, wenn da jetzt gerade eine größere Studie, eine Publikation dranhängt, man will das noch nicht ins Netz geben. Aber an vielen Stellen sind auch Sachen da, wo die Beteiligten bereit sind, das Netz zu geben und dass große Unis sich dem mal stellen und da eine explizite Strategie als einen ihrer Aufträge sehen, als einen gesellschaftlichen Auftrag, das finde ich sehr spannend. Also klar, die großen Akteure sind ja natürlich wichtig, letztendlich hängt es aber meiner Meinung nach immer an Einzelnen. Also wenn es keine einzelnen Leute gibt, die es in der Hand nehmen, die wirklich sagen, ich fange einfach mal an, ich probiere das mal, dann funktioniert das auch nicht, von oben aufzusetzen. Dann können wir Strategien machen, wie wir wollen. Wenn wir es nicht schaffen, einzelne Akteure zu überzeugen, anzufangen, dann passiert nicht. Also wir brauchen eine große Hochschule, wo willige einzelne Akteure sind. Nichts einfacher als das. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Claudia Bremer, Markus Schmidt. Alles Gute für die weitere Arbeit. Tschüss. Ja, vielen Dank, Jöran. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020